Das folgende Programm wird Ihnen stark freundlich präsentiert von Parker Pharmaceutics und Saddam Hussein Cosmetics Hallo meine Lieben, willkommen bei 9 cents 24 und ihr seht es schon, ich habe heute Dressika Parker hier lebt. Ja, ich freue mich wahnsinnig wieder mal bei dir zu sein, Bobsi. Ganz genau meine Lieben. Und in einer halben Stunde geht es los, drei Tage am Stück, Beauty, Beauty, Beauty. Was gibt es denn heute Dressika? Verrat es uns. Gar nichts. Super, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.